Grüß Gott, ich wollte Ihnen mal eben zeigen, wie dieser elektronische, schriftliche Teil der Prüfung zur Geschichte der Mathematik funktioniert. Zunächst müssen Sie sich diesem SafeXM Browser herunterladen, eben für Windows, Mac oder gegebenenfalls auch für iOS und Sie brauchen diese Konfigurationsdatei. So, da klicken wir mal drauf, dann wird die heruntergeladen. Wenn Sie jetzt den SafeXM Browser schon installiert haben, können Sie einfach hier draufklicken beziehungsweise sonst müssen Sie halt suchen, wo der heruntergeladen worden ist und die Datei öffnen. Dann kommen Sie in den SafeXM Browser und den brauchen Sie, um diesen ersten und zweiten Teil der sowohl Probeprüfung als auch dann realen Prüfung öffnen zu können. Also machen wir das mal. Jetzt werden Sie zunächst zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Das ist in diesem Fall GDM, Raute 2019. Und dann klicken wir auf OK. Jetzt rödelt der hier so einen kleinen Moment. Und jetzt öffnet sich nochmal ein neuer Browser. Sie haben auch eine neue Statusleiste. Und da müssen Sie sich wieder einloggen. Wichtig ist jetzt hier, Sie müssen tatsächlich alles nochmal neu eintippen. Also auch Ihr Passwort. Da ist auch nichts gespeichert oder so, weil das eben ein ganz neuer Rauser ist. So, jetzt bin ich wieder drin in der Geschichte der Mathematik. Und ich sehe auch schon zuoberst direkt diesen Test. In der realen Prüfungssituation werden auch alle anderen Blöcke dann ausgeblendet sein, so, dass Sie da nicht irritiert sind. So, jetzt starten wir mal Probeprüfung erster Teil geschlossene Aufgaben. So, jetzt kann ich den Test durchführen. Ich kann den Versuch beginnen. Ich habe hier 35 Minuten Zeit. In der realen Prüfung ja eigentlich 30. Die 5 Minuten sind so ein bisschen zur Sicherheit, falls da mal Sie noch an der letzten Aufgabe tüfteln. So, also beginnen wir mal den Versuch. So, jetzt, das ist hier vielleicht etwas anders, als Sie das von der üblichen sicheren Prüfungsumgebung an der Universität Klagenfurt gewohnt sind. Sie haben hier so auf der ersten Seite eine kurze Anleitung, wo steht, wie das so abläuft, was Sie zu tun haben. Und dann ist hier unten so ein Chatfenster. In der realen Prüfungssituation bin da natürlich nicht nur ich drin. Da können Sie dann fragen, Herr Fohns, ich möchte kurz was zu Beispiel 1 fragen. So, zack, sehr höflich. Und dann sehe ich das und dann kann ich Ihnen da was schreiben dazu. Ja, wenn Sie das nicht mehr brauchen, wollen Sie vielleicht die geschlossenen Aufgaben bearbeiten. Hier sind es jetzt nur zwei. In der realen Prüfung werden es vier sein, aber ich wollte nicht so viele potenzielle Aufgaben schon vorab durch die Probeprüfung verbrennen. Schauen wir uns die mal an. Die werden übrigens zufällig gezogen. Das heißt, es hat nicht jeder Prüfling dieselben Aufgaben. So, erste Aufgabe. Aha, das habe ich jetzt noch nicht schön formatiert. Normalerweise sollen die Beispiele jeweils auf einzelnen Seiten sein. So wird das in der Realsituation sein. Hier stehen die jetzt direkt untereinander. Aha, da ist so eine Keilschriftzahl dargestellt. Jetzt soll ich erst mal sechsergesimal sagen, was da steht. Ich spoiler mal zumindest den ersten Teil. Da steht, ein so ein Haken ist ein Zehner und dieser Haken ist ein Einer. Das wird wohl elf sein. Und hier hinten, da sind neun Stück. Das werden im zweiten Stellenwert wohl neun sein. Und im letzten Stellenwert, ah, das sieht ja fast aus, als wären das neunundzwanzig. Also ist das die Zahl elf, neun, neunundzwanzig im Sechziger-System. Und gesucht ist die zugehörige Dezimalzahl. Da schreibe ich jetzt mal irgendwas rein, absichtlich. Die Möglichkeit, die man dann hat, ist hier die Lösung prüfen zu lassen. Sagt er mir hier auch, oh, das ist alles richtig. Aber ist das nur teilweise richtig? Jetzt können Sie die Lösung hier verändern. Und dann nochmal auf Prüfung gehen. Das berücksichtigt dann aber Abzüge. Also wenn die mehrfach bearbeiten, werden Punkte gegebenenfalls abgezogen von der richtigen Lösung. Hier oben haben Sie nichts geändert. Von dem Teil wird auch nichts abgezogen. Aber hier unten, wenn Sie da ganz, ganz oft probieren, irgendwann kriegen Sie da null Punkte. Insbesondere natürlich bei solchen Multiple-Choice oder hier Zuordnungsaufgaben, wo ich jetzt sagen soll, woher kommt eigentlich der Thales, woher kommt eigentlich der Heron, und was hat der geleistet als Verdienst. Und beim Archimesis genauso. Trage ich jetzt mal irgendwas ein, zufällig. So, jetzt habe ich einen Glückstreffer gehabt in diesem Fall. Und das gibt einen Punkt. Wenn ich jetzt aber einfach hingehe und klickse hier so wild rum und probiere das jedes Mal neu aus, dann werden mir eben jedes Mal weiter Punkte abgezogen. Und ich bekomme halt dann gegebenenfalls nur noch diesen einen Punkt, wenn ich zu oft benötige. Das sind die geschlossenen Aufgaben. So, jetzt bin ich mit meinen geschlossenen Aufgaben am Ende. Normalerweise, wie gesagt, sind es vier. Hier sind es halt nur zwei. Dann sage ich, okay, ich will nicht mehr zurück zum Versuch. Ich will das tatsächlich abgeben. Da werde ich auch noch mal höflich gefragt, will ich das jetzt wirklich abgeben? Ja, ja. Okay, dann sehe ich, ich habe ja teilweise die Sachen richtig gehabt. Und dieser Prüfungsteil ist beendet. Und bitte öffnen Sie den zweiten Aufgabenteil. Sie benötigen das Passwort Proberaute Teil 2. Aha, Proberaute Teil 2. Das werde ich mir, das muss ich mir merken. Im Realfall wird das hier oben aber auch verlinkt sein, damit man da leichter hinkommt. Proberaute Teil 2 merke ich mir und mache hier Überprüfung beendet. So, jetzt habe ich diesen Teil beendet. Jetzt muss ich hier wieder auf die Probeprüfung gehen. So, und jetzt kann ich den zweiten Teil bearbeiten. Den Test jetzt durchführen. Aha, da brauche ich das Test kein Wort. Proberaute Teil 2. Und jetzt werde ich meinen Versuch beginnen. So, da habe ich wieder den Chat. Das habe ich schon erklärt. Da muss ich nichts weiter zu sagen. Und wieder eine zufällig gewählte Aufgabenstellung. So, die ist jetzt, wie gesagt, sehr vergleichbar zu den Aufgaben, wie Sie die auch in den schriftlichen Prüfungen gesehen hätten. Wenn Sie bei den schriftlichen Prüfungsterminen das Glück gehabt hätten, schon teilnehmen zu können. Da sehe ich auch, hier ist noch so ein Latex-Überbleibsel. Das muss ich nachher mal noch korrigieren. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Da müssen Sie halt hier jeweils längeren Text schreiben. Das wird nicht automatisch nachgesehen. Und teilweise auch mathematische Notationen schreiben. Jetzt können Sie hier unten die Lösung entweder direkt in das Textfeld schreiben. Das funktioniert insbesondere nicht so gut, wenn da aufwendig mathematische Sachen zu tun sind. Deswegen gibt es hier andere Möglichkeiten. Sie gucken sich hier zwar die Aufgabe an, nur sehen, Sie haben noch 54 Minuten Zeit, das zu bearbeiten, aber lösen das alles handschriftlich. Und wenn Sie das fertig haben, drücken Sie auf Beenden. Und dann können Sie wieder aus dem SafeXM-Browser rausgehen und im normalen Browser dann diese handschriftliche Datei, die Sie irgendwie abfotografiert oder eingescannt haben, hochladen. Also sagen wir mal, ich habe das alles gemacht. Ich habe entweder hier einen Teil reingeschrieben oder ich habe vielleicht einen Teil handschriftlich geschrieben. Auf jeden Fall finde ich, dass ich jetzt erstmal soweit fertig bin und sage, ich gehe hier auf Abgabe. Dann bestätige ich wieder die Abgabe. In diesem Fall kriege ich auch nochmal meine Lösung hier angezeigt, die ich eingegeben habe. Aber jetzt natürlich dann keine Anzeige, was richtig ist, weil so schlau ist das Moodle noch nicht, dass das offene Aufgaben nachsehen könnte. Also gehe ich hier wieder auf Überprüfung beenden und dann sehe ich, der Prüfungsteil ist beendet. Bitte verlassen Sie den SafeXM-Browser, untere rechte Bildschirmecke. Das ist halt hier dieser Ausknopf. Der schaltet nicht Ihren Rechner aus, sondern beendet wirklich nur den SafeXM-Browser. Das werden wir jetzt auch mal machen. Ja, werde ich nochmal gefragt. Mache ich wirklich? Und eine kurze Zeit später bin ich hier wieder in meinem normalen Browser. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe diesen zweiten Teil, den habe ich handschriftlich erledigt, dann komme ich hier zu so einem Feld Datei-Upload. So, das ist so eine übliche Moodle-Abgabe. Da kann ich sagen, Abgabe hinzufügen. So, und jetzt kann ich hier ganz normal, weil ich bin wieder in meinem normalen Rechner, wo ich alle anderen Programme auch habe, jetzt kann ich da mein Bildprogramm öffnen, wo ich das Bild drin habe. Oder muss vielleicht erst noch das Handy an den Rechner anschließen oder den Scanner oder was. Auf jeden Fall kann ich das jetzt hier ganz normal hereinladen und sage dann Änderungen sichern. Und dann habe ich das ganze Ding abgegeben. Ich habe jetzt gar nichts hochgeladen, deswegen wird das hier rot. Damit bin ich aber mit diesem schriftlichen Teil dann fertig. Ich werde das abgeben und dann werde ich wieder in diese Big-Blue-Button-Sitzung gehen und sagen, ich bin damit jetzt soweit fertig. Unter Umständen muss ich dann einen Moment warten, nachdem ich diesen Upload gemacht habe, weil ja die mündlichen Teile der Prüfung dann immer von drei Leuten hintereinander sind. Also sie kommen unter Umständen nicht sofort dran, sondern müssen sich so eine knappe halbe Stunde oder wenn sie Pech haben, vielleicht auch eine gute Stunde gedulden, bis dann dieser mündliche Prüfungsteil tatsächlich stattfindet. Ja, das war die Erklärung zu diesem schriftlichen Teil der Online-Prüfung.